In 2,2 Kilometer, links abbiegen auf Rude 10 Long M Royals. Ich habe gerade eben irgendwo Piemont gelesen, das heißt in Piemont. Sind wir jetzt in Piemont? Piemont, das ist wo ganz anders. In Italien ist es Piemont. Ich habe es gerade eben irgendwo gelesen. Ich habe es gerade in Piemont. 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 Links abbiegen auf Rudeseen-Dorren-Royant. Den 1,2 Gm, den Kreisverkehr an der zweiten Autobahn auf Rudeseen auf den Neuern verlassen. Den 1,2 Gm, den Kreisverkehr an der zweiten Autobahn auf Rudeseen-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren-Dorren. Wir müssen auf Rudeseen-Dorren-Dorren-Dorren weiter verlassen. In 400 Metern, links abbiegen auf Rufhau, sagt Rauschen. In 200 Metern, links abbiegen auf Rufhau, sagt Rauschen. In 2,6 Kilometer, weiter auf Route des Alpes. In 500 Metern, links abbiegen auf Rufhau, sagt Rauschen. In 400 Metern, links abbiegen auf Rufhau. In 400 Metern, links abbiegen auf Rufhau, sagt Rauschen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.